gerade noch getrunken gut mann zocker stachel völlig verwirrt jetzt durchsuchungsraum finde ich hier ja ein hammer das wäre so toll die 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 informant so fingerabdrücke pass nummer 37 abstrafe 15 jahre william goldberg drogenverkauf block Stempel. Oh, oh, oh. So, dann grabbele ich noch mal ein bisschen an dir rum. Kannst du behalten. Willkommen in der Präsidung. Du bist ein Rattuto. Alter. Alter, war durchtrainiert, wa? So, Abdrücke sind huge. Er soll in Block B, ist auch richtig. Walter Miller. 027, so, so, 027. Passt alles. Vergewaltigung und Mord. Ui. Du bist ja so ein Typ, dich würde ich denn auch gerne mal hier im Knast, äh, meuchelmördern. Bitte knall mir keine. Hast du irgendwas mit Gunn gesagt eben? Ich zieh gleich meine Gunn. Geh ich das hier überhaupt? Nö. Ja, verpiss dich. Dein Arsch juck. Dann geh dich waschen. Festlegger Bastard. Moin. So, was hast du denn hier angerichtet? So, 21 Jahre. Vorgeben, ein Messias zu sein und Geld dafür zu verlangen. Okay, also Betrug. B, B, was haben wir hier? 431, 431, 431. Oh, die passen nicht. Steven, das passt hier nicht. Du gehst wieder nach Hause. Ja, ja. Tschüss Messias. So, da haben wir wahrscheinlich Freetime. Geschafft ihr den Hammer? Kann ich mir in der Freetime-Hammer besorgen irgendwie? Übernummern durchs Suchungsraum. Werkstatt genau da. Riecht das ja nicht, ne? Nein. Ne. Geht einfach nicht. So, aber was machen wir denn? Schönes. Gehen wir nochmal ballern, oder was? Wir gehen nochmal ballern, oder? Mal noch Stand 1. Bestätigen. Wir ballern mal mit der M44. Das. Habe ich das noch nicht, oder was? Bestätigen. Bestätigen. Waffe muss gereinigt werden. Nein, Waffe muss gereinigt werden. Ja, dann reinigen wir das Ding erstmal. So, wie war das nochmal? Wir nehmen das Ding. Demontieren. 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 Teil auswählen. Du brauchst Spray. Lappen. Lappen. Oh ja, das sieht doch... Das sieht doch in Ordnung aus, ne? Drückt mir sie die rechte Taste. Steht nicht, was er will. Ich drück doch die richtige Taste. Ich drück doch die richtige Taste. Äh, ich flippe gleich aus hier. Das ist so. Man drückt S, ne? Wie steht? Dann drückt man W, dann drückt man S, dann drückt man D. E... S... 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 Und... S- 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 ich würde hier auch gern wieder raus so effektig echt scheiß auf den pinsel alter die sauber genug also was bescheuertes fertig ok Fertig, dann kann man das noch reinigen, brauchen wir wieder Spray. Lappen. Teil ist komplett sauber. So, kann ich die jetzt wieder zusammenbauen? Ne, ich muss das echt noch sauber kriegen irgendwie. Okay, drücke die rechte Taste. Okay, drücke die Rechte. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich kann nichts anderes machen, nur immer irgendwie, vor allem, da steht S. Dann drücke ich S, dann drücke ich D, dann drücke ich W. Er weiß überhaupt nicht, was ich will. Ich will Tipps. Ich habe es endlich geschnallt. Hätte er mir auch mal sagen können. Sie ist fertig. Fertig. Was für eine Scheiße. Geh zum Besucherraum. Das hat man noch nicht. So, verwalte die Besuchszeiten und achte darauf, dass die Gefangenen die Regel einhalten. Hmm, du bist du? Uite ma, sie tu! Des de la pata! Oh, Kavoni Feinden! Da ist die etapa! Unde bierenachen! Position, waiting, waiting, waiting! Sie muss machen! Kamin Horen! Zeit ist um! Kamin Horen! Kamin Horen! Dies, Tomitma! Sie tu! Tomi Staratutu! Kamin Horen! Kamin Horen! Kamin Horen! Kamin Horen! Die war Sensation. Ja, ja, ja. Auf der Seite, da gut sie durch. bein Worte 9 7 10 10 11 11 12 13 14 15 er war erst an die bewegung oder sind welcher bimpern so was brauchte ich 400 flocken was ist los Gummimikar. Äh, noch Vater. Äh, das ist der beste Lippo. Ja, bin ich mir sicher. Wer denn? Es gibt viele Diebe. Es ist schließlich ein Gefängnis. Äh, nicht so vorlaut. Findest du ihn? Natürlich umsonst. Nicht umsonst kann ich dir behäbig sein. Verdächtigst du jemanden und wie viel bezahlst du? Ich glaube... Ach, scheiße. Irgendwann hab ich das übersprungen. Unser Hochzeitszermin ist dann drauf. Wenn du ihn zurückbringst, gebe ich dir 20 Dollar von meiner Dankbarkeit. Musst du noch nicht so zählen. Nicht zu mir. Okay, das muss ich eine andere Mal noch mal machen. Weil... Das hab ich vergeigt. Kleideraum. Ich will nochmal ballern jetzt. Das hab ich so sauber gemacht. Die eine Waffe. So, bestätigen. M44 bestätigen. Notfall. Also... Toto. und die insassen aus dem zähnblock mario glatt ne die 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 in die werkstatt dürfen wir fangen mal vorne an glaube ich war haben wir den werkstatt jungs jetzt dürft ihr mal ein bisschen ackern für mich da kann sich nur um stunden handeln schon mal besser gesehen jungs gehen sie dann ja das ist sogar ohne hammer kann man nicht arbeiten hast du war ja okay um im Endeffekt arbeitet er auch warum schläfst du? über dem Finger geschnitten man sieht nicht so ernst, aber du kannst eine Braus machen er hat sich wohl verletzt waren das vier der nächste, sag mal, was ist denn mit euch? äh, glaubt er hackt, ach ne, der ist ja umgefallen meine Hände jucken ein wenig, ja, hast du wieder an den Sack gekrapscht, ne? er ist der Kölner selber äh, noch Vater das war gar nicht arbeit so, Kinders jetzt kommt endlich mal Geld in die Kasse hier ja, wir ziehen das durch, oder? umso mehr Geld machen wir ja, wir ziehen das durch, oder? umso mehr Geld machen wir ich kaufe euch ja auch was Schickes davon, ne? hm ich kaufe euch ja auch was Schönes mein Schöne, äh, 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 waschbecken habt ihr gekriegt und schon etwas bessere Schüsselnze nicht Schüsselnze ja, doch, scheiß aus Schüsselnze so, gut ich hab noch nie ich hab noch nicht woa, wötös ich hab noch nicht ich hab noch nicht mit einem okay bitte sehr was ist wenn ich das werkzeug jetzt nicht an seinem platz so lalalalalala ich will den hammer haben scheiße Schrauben. Wollte dich begrabbeln. So, dann geht's einmal wieder... To who's? Hey, get ass. Los, hop, hop, hop. Oh, der Tag ist immer noch nicht vorbei, wa? Da vorne ist ne Dingenskirchen. Freizeit, ne? Ah, jetzt will ich auch noch putzen, alter lecker. Schraubi, schraubi. Schraubi, schraubi. So. Jo, Mama ist so ugly. Alter, was ist denn hier passiert? Der hat voll eins in die Fresse gekriegt. Klatsch! Und noch einer. War's vielleicht der Feuerlöscher? Den er da in die Fresse gekriegt hat? Durchsuffungsraum, Briefing-Room... Okay. Nur noch den Briefing-Raum. ... 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 nur die Häftlinge, sondern auch die Angestellten, oder was? Kann ja nicht normal sein hier. Ja, schön. Wischen. Den Teppich. Wir wischen den Teppich. Den wischen wir raus und ab über den Teppich. Ja, ich hab alles getan. So, wir halten uns ganz gut. Respekt von den Wachen ist natürlich irgendwie 94%. Respekt der Gefangenen 46%. Das geht auch. Das Budget des Gefängnisses geht auch hoch. Da können wir doch nochmal shoppen irgendwie. Machen wir am Morgengtag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich vielleicht mal unterstützt. Natürlich nur, wer Bock hat. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links dafür. Einmal für Paypal. Ähm, für Gamerskier. Wenn ihr geile Gaming-Klamotten haben wollt, damit unterstützt ihr mich auch und bezahlt auch noch weniger, weil ihr einen Rabattcode habt. Ähm, und wer Bock hat, der Kaktus-Community beizutreten, kommt einfach mal auf Discord. Und der Link ist auch unten drin. Und ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dennne. Bis dennne. Bis dennne. Bis dennne. Untertitelung des ZDF, 2020